Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun Tagesordnungspunkt 46 auf, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Riedertunnel nicht weiter verzögern, grüne Blockadepolitik beim Straßenbau beenden, Drucksache 2098 aus Drucksache 19. Ich erteile als Erstes das Wort dem Kollegen Lenders, FDP-Fraktion. Vizepräsidentin Heike Habermann, Präsidentin und Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben mit dem Riedertunnel ein Straßenbauprojekt, das sich schon seit Anfang der 60er-Jahre in der Diskussion befindet. An dieser Stelle geht es um nicht mehr und nicht weniger, um eine vernünftige Verkehrsanbindung zwischen dem osthessischen Raum und der Umfahrung von Frankfurt von Osten nach Norden zu bekommen. Meine Damen und Herren, es geht am Ende auch darum, Menschen von Durchgangsverkehren in Frankfurt, die wirklich stark belastet sind, zu entlasten. Wir haben Verkehrsprognosen im Süden von Frankfurt auf den Autobahnen von rund 86.000 Fahrzeugen im Jahr und am Erlenbruch eine stark belastete Straße, 13.500 Fahrzeuge jedes Jahr. Wer dort unten auf dieser Straße langfährt und sich vorstellt, dass diese Straße einmal saniert werden soll, stellt sich ernsthaft die Frage, ob der Verkehr in Frankfurt kollabiert dann kollabiert. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD der SPD sowie der Abg. Meine Damen und Herren, wenn sich dieses Verkehrsprojekt Riederweiltunnel noch länger verzögert, als es ohnehin schon lange gedauert hat, ist das eben ein Schlag in das Gesicht der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Meine Damen und Herren, wenn man sich die Geschichte anschaut, es sollte bereits 1974 mit dem Baubeginn angefangen werden – – – Nein, Sie kommen ja gleich dran, nur ein bisschen Geduld. Dr. Michael Boddenberg – – Ich habe Ihnen auch gar nicht einen Vorwurf daraus drehen wollen, Herr Staatsminister Al-Wazir, dass Sie an dem Baubeginn 1974 noch nicht teilhaben konnten. So weit geht Ihr Einfluss dann doch nicht. Meine Damen und Herren, dass diese Verzögerung über 50 Jahre alten Lückenschluss endlich einmal vorangetrieben wird, haben sehr viele Klagen dazu geführt, die sich mit Lärmschutzmaßnahmen beschäftigt haben. Da ging es eigentlich nie um die Sache an sich, sondern immer um die Frage, wie wir die Bürger ausreichend schützen können. Dann ist es nun einmal so, dass Prognosen immer schwierig sind, vor allen Dingen, wenn Sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Das ist aber auch bei Verkehrsprognosen so. Meine Damen und Herren, eine Straße wird immer dann gebaut, wenn diese Verkehrsprognosen den Bedarf dafür hergeben. Dann wird entsprechend in die Zukunft geschaut, wie sich der Verkehr dort entwickeln wird. Da werden entsprechende Lärmschutzmaßnahmen ergriffen und im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Wenn jetzt die Meldungen aus dem Wirtschaftsministerium kommen, dass man das überprüfen will, ob die Entwicklung, die Verkehrsprognosen, weil es in Frankfurt immer mehr Menschen gibt, ist keine neue Erkenntnis. Dass wir immer mehr Menschen in Frankfurt haben, ist keine neue Erkenntnis, Herr Al-Wazir. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dass Sie daraufhin die Lärmschutzmaßnahmen überprüfen lassen wollen, sogar davon reden, ein neues Offenlegungsverfahren in Gang setzen zu wollen, ist wirklich ein Schlag ins Kontor. Die Begründung dafür bleiben Sie halt nun einmal schuldig. Meine Damen und Herren, ich kann mich der Kritik, die die SPD in Frankfurt geäußert hat, nur anschließen. Sie sagen, eine neue Offenlegung ist überhaupt nicht notwendig. Würde es tatsächlich um den Lärmschutz gehen am Autobahndreieck, dann könnte man tatsächlich die Lärmschutzwende anpassen. Da brauche ich keine neue Offenlegung. Sie müssen mir einmal erklären, wie Sie dort über gestiegene Verkehrsprognosen, die Sie scheinbar erwarten, neue Lärmemissionen erwarten. Meine Damen und Herren, das ist ein Tunnel. Der Lärm bleibt in diesem Tunnel drin. Dafür bauen wir diesen Tunnel. Beifall bei der CDU, der SPD, der SPD und der LINKEN der Abg. Jürgen Lachmann – Man kann dann am Ende auf die Idee kommen, dass diese zweite Offenlegung oder diese neue Offenlegung ein ähnliches Verfahren ist wie beim Terminal 3, den Menschen vor Ort quasi zu suggerieren, dass wir dort etwas ändern können, Wir haben etwas, was wir noch nicht überprüft haben, den Bedarf noch nicht überprüft haben. Das ist ein Stück weit den Menschen Sand in die Augen getrieben. Man muss schon einmal fragen, ob das Konzept bei Ihnen wird. Herr Al-Wazir, der Verdacht liegt nahe, dass Sie in Frankfurt hinter die Kommunalwahlen kommen wollen, weil die Frankfurter der GRÜNEN nie für dieses Projekt waren. Vizepräsident Dr. Ulrich Wilkenberg Da sind Sie sich zumindest stringent, aber Herr Al-Wazir, Sie verkaufen sich gerne hier vorne als der bessere Straßenbauminister. Vizepräsident Dr. Ulrich Wilkenberg Sie verkaufen sich gerne als die besseren Straßenbauminister als Posch und Rentsch, als alle FDP-Minister quasi zusammen. Eigentlich wären Sie am liebsten auch der beste Straßenbauminister, den dieses Land jemals gesehen hat. Vizepräsident Dr. Ulrich Wilkenberg Das ist ein hartes Schicksal für einen GRÜNEN. Sie können es gleich gerne wieder korrigieren, aber Herr Al-Wazir, wir verlangen von Ihnen ein klares Bekenntnis zu dem Projekt Riedarbeit. Geben Sie eine ernsthafte Begründung, warum Sie eine neue Offenlegung wollen. Nennen Sie die Gründe, was Sie dazu bewegt hat, im Moment so ein neues Verfahren anzustoßen. Herr Al-Wazir, Sie bekennen sich ganz klar zu dem Projekt Riederwald und zu den anderen Straßenbauprojekten hier in Hessen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD des Abg. Ulrich Wilkenberg Herr Al-Wazir, dass man dort eine gewisse Blockadehaltung spürt – Sie werden sagen, es gibt ja keine Blockadehaltung. Sie sind ja der weltbeste Straßenbauminister. Es gibt keine Blockadehaltung der GRÜNEN. Das müssen Sie uns dann erklären, wenn Sie sagen, dass Neubau in Hessen nicht mehr stattfindet. Wenn etwas eine Blockadehaltung ist, dann diesen Paradigmenwechsel, den Sie in Hessen durchgesetzt haben, zu verantworten haben, dass Sie Neubaumaßnahmen nicht mehr machen wollen, das unter dem Aspekt Sanierungsoffensive wegnuscheln wollen und den Menschen, die von Verkehrslärm und Durchgangsverkehren belastet sind, einen Bärendienst erwiesen. Auch die Menschen haben Recht auf Umweltschutz, Naturschutz und auf ihre Rechte, dass man ihre Interessen auch ernst nimmt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 90 – Zuruf des Abg. Ulrich Wilkenberg Vizepräsidentin Heike Habermann Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Als Nächste spricht Frau Abg. Müller, Fraktion BÜNDNIS 90 Fraktion DIE GRÜNEN. Vizepräsidentin Heike Habermann Herr Präsident, meine Damen und Herren! An dem Setzpunkt der FDP merkt man, das Jahr geht zum Ende. Eigentlich ist die Luft raus, aber Sie versuchen es noch einmal mit immer wieder denselben Themen, die wir das ganze Jahr bisher noch nicht verfangen haben. Lokalpolitik, Straßenbau, all diese Themen wärmen Sie immer wieder auf, weil Sie feststellen, dass Schwarz-Grün auch nach zwei Jahren immer noch gut funktioniert. Deswegen setzen Sie im wahrsten Sinne des Wortes alles noch einmal auf den letzten Setzpunkt, um alles zu geben und die GRÜNEN als Lokalepartei im Straßenbau zu diffamieren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 90 – Zuruf des Abg. Müller Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 90 Vizepräsidentin Heike Habermann – Zuruf des Abg. Müller Vizepräsidentin Heike Habermann – Zuruf des Abg. Müller Vizepräsidentin Heike Habermann – Zuruf des Abg. Müller Vizepräsidentin Heike Habermann 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 Und jetzt die Verzögerung beim Bau des Riederswaldtunnels. Aber diesmal wird es nicht verfangen. Wir erklären die Welt immer wieder gerne aufs Neue und, was den Unterschied zwischen GRÜNEN und FDP ausmacht. Sie haben doch den Setzpunkt beantragt. Sie wollten doch darüber reden. Wir sind ein verlässlicher Koalitionspartner und setzen mit der CDU das um, was wir im Koalitionsvertrag ausgehandelt haben. Zur A 49 steht darin, dass die Abschnitte VKE 30 und VKE 40 rechtssicher planfestgestellt werden müssen und, wenn die Finanzierung gesichert ist, gebaut wird. Der VKE 20 ist bereits im Bau und wird fertiggestellt. Das haben wir hier im Plenum in den letzten zwei Jahren auch schon zweimal diskutiert. Sie können das gerne nachlesen, Drucksache 19-700 und Drucksache 19-1914. Wer die Jahre davor hier Verkehrsminister war, hat Herr Lenders eben noch einmal gesagt, Herr Posch und Herr Rentsch. Anscheinend waren sie aber auch nicht die besseren Verkehrsminister, weil auch in dieser Zeit gab es keine Zusage vom Bund für die Finanzierung der A 49. Also, Grün macht den Unterschied. Wir waren immer gegen die Autobahn, halten uns aber an Vereinbarung. Der grüne Verkehrsminister bringt das Projekt zu Ende, während die FDP nur Versprechungen macht. Das gilt ebenso für den Straßenbau. Auch das haben wir hier schon mehrfach gesprochen. Aber auch das gerne noch einmal. Es wurde nicht gekürzt im Straßenbau. Unter dem Strich steht jetzt sogar mehr Geld zur Verfügung. 90 Millionen € für den Erhalt des Straßenbaus, 40 Millionen € für Planungskosten. Sie haben versprochen, mehr Geld ausgegeben, als Sie hatten. Also, effektiv steht jetzt mehr zur Verfügung. Allerdings für mehr Sanierung als Neubau. Wir versprechen den Menschen vor Ort nichts, was wir nicht halten können, im Gegensatz zu Ihnen. Auch da macht Grün den Unterschied. Wir werden die 4 Millionen €, die für den Drahtwegebau vorgesehen sind, auch für diesen ausgeben. Nicht wie Sie. 2 Millionen €, 3 Millionen € und den Rest für Sonstiges. Aber auch das können Sie unter der Drucksachennummer 19-2203 nachlesen. Jetzt kommen wir zum Riederwaldtunnel. Da kommt jetzt die Rechtsstaatspartei FDP, die immer den Rechtsstaat ruft, wenn es um Geschwindigkeitsbegrenzungen geht und bei Ihnen der Verkehrsfluss immer vor der Verkehrssicherheit geht. Wir konnten im vorletzten WVA einen Berichtsantrag hören mit dem Duktus, auf welcher Rechtsgrundlage hat denn der Verkehrsminister Geschwindigkeitsbegrenzungen durchgeführt. Auch da mussten Sie feststellen, nichts daran an irgendwelchen Unterstellungen. Jetzt kommt die Rechtsstaatspartei und sagt, es gibt Planänderungen, und es muss nicht mehr ausgelegt werden. Sie wissen ganz genau, dass es jetzt eine Anhörung geben muss, und das Projekt gerade nicht verzögert wird. Wenn es nämlich nicht gemacht würde, dann wäre eine Klage sicher, und der Bau des Riederwaldtunnels würde noch weiter verzögert werden. Also, alles nichts daran an Ihren Unterstellungen. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie sich wie für den Riederwaldtunnel und den Straßenbau auch einmal für die Schieneninfrastrukturprojekte eingesetzt hätten, beispielsweise für die Nordmainische S-Bahn. Das würde nämlich den Verkehr im Ballungsraum Frankfurt auch erheblich entlasten. Abschließend kann ich nur sagen, überlegen Sie sich für das neue Jahr mal neue Themen. Wir blockieren Sie nicht in Ihrer Kreativität. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Müller. – Als Nächste hat das Wort Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist heute im wahrsten Sinne des Wortes ein unterirdischer Antrag der FDP. Wir finden es richtig, dass der Baubeginn des Riederwaldtunnels aufgeschoben wurde, um den geplanten Lärmschutz sowie die allgemeine Verträglichkeit für Natur und Menschen noch einmal zu überprüfen. Neben dem Tunnelabschnitt gehören auch neue und ausgebaute überirdische Strecken an A 66 und A 661 sowie ein neues überirdisches Autobahntreik mitten in der Stadt zu dem Bauprojekt. So etwas sollte man heute zu Recht nicht mehr planen, weil die Belastungen für Menschen und Natur einfach viel zu hoch sind. Leider haben wir die berechtigte Befürchtung, dass diese vom Minister angekündigte Prüfung wieder eines dieser grünen Scheinmanöver ist, wie wir beispielsweise auch beim Terminal 3 erlebt haben, wo man versucht, zu sagen, wir prüfen, wir wollen noch einmal innehalten, noch einmal streng prüfen, wir bedauern, dass das alles so geplant ist, aber am Ende bauen Sie es doch. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass die GRÜNEN Blockadepolitik betreiben würden. Denen muss man doch einfach zurückweisen. Das ist ein völlig unfairer Vorwurf an die GRÜNEN. Ich meine, was blockieren die denn? Der Flughafen wird ausgebaut, Straßen werden ausgebaut, Autobahnen werden ausgebaut. Das dauert halt ein bisschen länger, weil vorher noch einmal ein bisschen scheinbar geprüft wird. Aber dass die GRÜNEN Blockadepolitik betreiben würden, das kann ich einfach überhaupt nicht erkennen. Gegen ungerechtfertigte Vorwürfe muss man die GRÜNEN auch wirklich in Schutz nehmen, wie ich finde. Ich finde, die blockieren nichts. Ich meine, gerade beim Thema Riederwaldtunnel, auch da keinerlei Blockadehaltung seitens der GRÜNEN. Ich meine, die sind schon 2006 in Frankfurt eingeknickt. Da gab es den schwarz-grünen Koalitionsvertrag in Frankfurt. Da haben die GRÜNEN damals dem Riederwaldtunnel ihr OK gegeben und haben dann im Gegenzug auf einen U-Bahn-Lückenschluss verzichtet, Autobahn statt U-Bahn. So sieht schwarz-grüne Verkehrspolitik dann in der Praxis aus. Wenn dann einmal etwas blockiert wird, dann ist es der Ausbau des ÖPNV, aber doch nicht der Ausbau von Straßen und von Flughafen. Wenn man sich die schwarz-grüne Verkehrspolitik in Frankfurt anschaut, dann ist es auch geradezu logisch, dass die Stadt Frankfurt gerade im November von der Deutschen Umwelthilfe vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden verklagt wurde, weil immer wieder die Stickstoffdioxidgrenzwerte nicht eingehalten werden. Jetzt wird also im Riederwald noch einmal ganz streng geprüft. Eine richtige Prüfung wäre in der Tat notwendig, weil wir meinen, die zu großen Teilen in den 80er-Jahren genehmigten Planungen und Prognosen sind heute eigentlich hinfällig. Sie müssten in der Tat dringend geprüft werden, insbesondere auch für den durch den Tunnel notwendigen Ausbau der A 661. Deswegen wäre dringend ein neuer Planfeststellungsbeschluss, und zwar mit den aktuellen Lärmschutzregelungen, nötig, weil der aktuelle noch aus dem Jahr 1980 stammt bzw. nachträglich ergänzt wurde im Jahr 1994. Damals ging die Planungen noch davon aus, dass auch der Tunnel unter dem Frankfurter Alleenring gebaut wurde, also die unterirdische Verbindung der beiden A 661-Enden quer durch die Stadt. Da dieses schon immer etwas wahnsinnige Projekt mittlerweile auch offiziell beerdigt ist, wird die sechsspurig ausgebaute Stadtautobahn A 661 dann auch noch den Verkehr der A 66 aufnehmen. Dazu gehört eben auch der Durchgangsverkehr auf Strecken wie Fulda-Basel, der heute auf den bestehenden Autobahnen rund um die Stadt führt. Das heißt also, es würden mehr Autos als vorher durch Frankfurt fahren. Das zeigt, wohin diese Ausbaulogik führt. Das war auch einmal in der Opposition ein grünes Credo. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Das heißt, der immer weitere Ausbau von Straßen führt natürlich dazu, dass Verkehr zunimmt, dass Automobilverkehr zunimmt und nicht abnimmt. Mehr Straßen verursachen mehr Verkehr. Das ist eigentlich eine Binnenweisheit. Wenn man immer mehr Umgehungen, Abkürzungen und Rennstrecken baut, während der Schienenverkehr weitgehend stagniert oder sogar im ländlichen Raum abgebaut wird, dann erhöht sich selbstverständlich die Pkw-Nutzung, dann erhöht sich aber auch der Lkw-Verkehr. Das ist der Teufelskreis aus Straßen und immer mehr Autos und immer mehr Straßen und immer mehr Autos, den man so vorantreibt, weil man immer neue Ausweichstrecken finden muss. Für den neuen Bundesverkehrswegeplan 2015 wurde aus Hessen, damals noch unter Minister Rentsch, der Bedarf angemeldet, die Stadtautobahnen A 661, 648 und 66 West 6 spurig auszubauen, die 66 zwischen Frankfurt und Hanau 8 spurig und die A 3 und A 5 10 spurig. So könnte es natürlich immer weitergehen, bis wir hier eine Region haben, die vor allem aus Beton und Lärm in Stadt und Land besteht. Eine solche immer weitere Zunahme von Verkehr und dazu noch motorisierten Individualverkehr ist doch keine zukunftsfähige Politik. Gerade wenn wir heute über die Ergebnisse des Klimagipfels in Paris reden, wer immer dafür sorgt, dass noch mehr CO2 ausgestoßen wird, weil noch mehr Menschen Auto fahren, der macht einfach eine Politik, die überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Ja, die Menschen im Riederwald haben eine schnelle Entlastung verdient, genauso wie viele andere Menschen an verkehrsbelasteten Straßen in Frankfurt und anderswo. Aber Stadtautobahnen sind ein völlig überholtes Konzept. Wir müssen stattdessen den Aus- und Neubau leistungsfähiger ÖPNV-Angebote, also S-Bahn und U-Bahn. Das ist eine sinnvolle Alternative. Das muss man beispielsweise mit Park-and-Ride-Angeboten an den Stadträndern und außerhalb ergänzen. Wir brauchen gute Radwege- und Fahrradabstellmöglichkeiten, Car- und Bikesharing usw. Ich muss natürlich auch heute schon sagen, dass es die Pendler, die im Riederwald im Stau stehen, natürlich auch möglich wäre. Dafür würde ich stärker werben, anstatt den Automobilverkehr noch attraktiver zu machen. Ich finde, dass es Park-and-Ride-Parkplätze beispielsweise am Autobahnende Borsigallee gibt. Von da aus fährt in zehn Minuten eine U-Bahn in die Innenstadt. Da gilt natürlich auch ein bisschen der Spruch, den man vor einigen Jahren auf einem Graffiti noch auf der A 66-Brücke lesen konnte, wo es hieß, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Von daher, glaube ich, brauchen wir da andere Angebote als ein immer weiterer Ausbau von Straßen. Man muss dem wachsenden Straßenverkehr entwegen wirken, auch beispielsweise durch eine Erhöhung der Lkw-Maut. Die Dienstwagenprivilegien müssen fallen. PS-Protze müssen zur Kasse gebeten werden. Dann muss in Alternativen investiert werden, damit eine Lenkungswirkung erzielt wird. Dass es neue Strecken für den Schienengüterverkehr gibt, nach den heutigen Regelungen des Lärmschutzes selbstverständlich. Dass das ÖPNV-Angebot verlässlich ist, attraktiv, flexibel und dass es wenigstens annähernd mit dem eigenen Auto mithalten kann. Drei Schulbusse am Tag, wie wir es zum Teil in den ländlichen Gebieten haben, ist natürlich kein attraktives ÖPNV-Angebot. Auch finanziell ist der ÖPNV oft noch zu unattraktiv. Deutlich günstigere Busse und Bahnen wären notwendig, irgendwann bis hin zum umlage- und steuerfinanzierten Nulltarif. Das würde die Autoschlangen schrumpfen lassen. Ich finde, das Motto der FDP ist gar nicht so unsympathisch, wenn man sagt, freie Fahrt für freie Bürger. Aber ich finde, dieses Motto sollte nicht fürs Autofahren und Rasen gelten, sondern dieses Motto sollte für den ÖPNV gelten, wenn wir über Fragen von Nulltarif reden. Das wäre doch eine gute Forderung, freie Fahrt für freie Bürger im öffentlichen Personennahverkehr. Das könnte man auch finanzieren, indem man z. B. Unternehmensumlagen einführt. Das gibt es beispielsweise in Frankreich oder anderswo. Natürlich könnte man durch einen stärker Steuer-, aber auch umlagefinanzierten ÖPNV – es ist ja nicht einzusehen, dass die Nutzer, die sich eh schon umweltfreundlicher verhalten als die Autofahrer, dass sie den großen Teil davon bezahlen. Deswegen muss in dem Bereich des ÖPNV mehr getan werden. Das Auto ist leider oftmals noch das günstigste Verkehrsmittel individuell, obwohl es die größten gesellschaftlichen Folgekosten hat. Es ist nämlich nicht so, dass die Autofahrer die Melkku der Nation seien, wie FDP, ADAC und andere gerne behaupten. Die TU Dresden hat schon vor einigen Jahren ermittelt, dass in Deutschland jedes einzelne Auto rechnerisch mit 2.000 € im Jahr von der Allgemeinheit subventioniert wird. Sie sind ja auch an anderer Stelle gerne für Subventionsabbau. Gerade in Städten muss dadurch die Möglichkeit, auf das Auto zu verzichten, verstärkt werden, weil die Folgekosten einfach viel zu hoch sind. Ich komme zum Schluss. Die Verkehrswende ernst nehmen heißt Abschied nehmen von der unbegrenzten Wachstumslogik. Wenn die Autobahnen immer breiter werden – mittlerweile bauen wir Umgehungsstraßen für frühere Umgehungsstraßen, der Flughafen wird immer weiter ausgebaut –, dann ist die Grenze der Belastbarkeit für Mensch und Natur irgendwann überschritten. Deswegen bleibt die FDP-Verkehrspolitik in diesem Sinne unterirdisch. Das zeigt sich in dem Antrag, dass das mit intelligenter Verkehrspolitik einfach überhaupt nichts zu tun hat. Das ist im wahrsten Sinne wirklich ein Tunnelblick, den Sie auf das Auto haben. Daneben sehen Sie überhaupt nichts richtig. Von daher ist es sicher richtig, den Lärmschutz noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Das kritisieren wir nicht. Aber es darf dann eben keine symbolische Prüfung mit einem anschließenden resignierten Schulterzucken des Ministers sein, wie wir es beim Terminal 3 erlebt haben. Wenn überhaupt schon diese Stadtautobahn und der Tunnel gebaut wird, dann muss es mit maximalem Lärmschutz sein. Dann muss es in der Konsequenz heißen, weitestgehende Einhausung für die A 66 und die A 61 – Frau Abg. Kommen Sie bitte zum Ende. – Vielen Dank. – Das Riederbruchtreieck wäre dann wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. – Es hat als Nächste das Wort für die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei, Herr Kollege Frankenberger. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was für Nordhessen die A 49 und die A 44 sind, nämlich Beispiele dafür, wie schwierig mittlerweile Infrastrukturprojekte in Deutschland umzusetzen sind, das scheint für die Rhein-Main-Region der Riederwaldtunnel zu sein. Die Chronik ist ein plastisches Beispiel dafür, in welch großen Zeiträumen wir heute denken müssen, wenn es um die Realisierung großer Infrastrukturprojekte geht. Die Grundsatzentscheidung für den Riederwaldtunnel ist bereits in den 80er-Jahren gefallen, genau wie bei der A 44 und der A 49 passiert, ist seitdem wenig. An der Regierung sind seit 1999 CDU, teilweise mit der FDP. Das Versprechen von Roland Koch, wenn wir regieren, kommen morgen, die Bagger, ist nicht eingelöst worden. Die Menschen warten seit 16 Jahren darauf, dass es bei der A 49 endlich ein Stück weitergeht. Im Jahre 1989 begann das Planfeststellungsverfahren beim Riederwaldtunnel, und von Beginn an gab es Gegner gegen dieses Vorhaben. Wen wundert es nicht? Natürlich waren die GRÜNEN dabei. Sie erklärten, dass die Verhinderung des Riederwaldtunnels eines ihrer großen verkehrspolitischen Ziele sei. Doch nach 1955 wurden die Planungen vorangetrieben, und 1996 erfolgte die Pläne für den mittlerweile erweiterten Tunnel ausgelegt. In 2005 erfolgte eine weitere Anhörung. Im Jahre 2006 gaben die GRÜNEN ihren Widerstand gegen den Riederwaldtunnel auf. Was war passiert? In Frankfurt gab es Schwarz-Grün, und auf einmal galt wieder, was mich für die GRÜNEN kümmert. Meine Damen und Herren, ich weiß, die Kollegin Wissler wird das bedauern, aber ich denke, das muss man hier auch noch einmal ansprechen. Der Spatenstich erfolgte dann im September 2009. Er war aber eher symbolisch, denn der eigentliche Baubeginn steht bis heute noch aus. Das muss man sich nicht einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Fertigstellung sollte im Jahr 2017 und 2018 erfolgen. – Was hat der Kollege Kaufmann denn? Er wird ertappt worden, oder was? Die Fertigstellung sollte im Jahr 2017 und 2018 erfolgen. Das galt im Jahr 2009. Meine Damen und Herren, wir haben mittlerweile Ende 2015. Optimisten – das sind dann wohl eher Zweckoptimisten – gehen von einem Baubeginn im Jahr 2018 aus, und nicht wenige sind der Auffassung, dass sich der eigentliche Baubeginn noch Jahre hinaus verzögern wird. Denn zu Beginn November dieses Jahres erklärte der zuständige Wirtschaftsminister Al-Wazir, dass sich die Planungsgrundlagen für den Bau des Riederwaldtunnels verändert haben und sich der Baubeginn weiter verzögern wird. Die Pendler in der Region sind entsetzt, weil sie sich weiterhin durch Wohngebiete quälen müssen, und die Bewohner dieser Wohngebiete werden den Verkehrslärm noch viele Jahre lang ertragen müssen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt nicht weniger Regionen. Ich unterstelle dem Minister keine sachlichen Gründe für die Erarbeitung der Planungsgrundlagen, sondern politische Gründe. Auf die einmal vorhandene Ablehnung der GRÜNEN habe ich bereits hingewiesen. Wir Sozialdemokraten sind gegenüber dem Minister erst einmal gutgläubig. Wir können auch nicht mit Sicherheit entscheiden, ob politische oder tatsächlich sachliche Gründe für die Überarbeitung der Planungsunterlagen maßgeblich sind. Meine Damen und Herren, so viel Zeit muss es sein. Die Überarbeitung von Planungsgrundlagen ist zwar nicht unbedingt die Regel, aber bei Vorhaben dieser Art durchaus nichts Ungewöhnliches. Das war zum Beispiel auch beim Frankfurter Flughafen so. Es ist richtig, dass bei einer derartigen Maßnahme, die auch auf massive Widerstände stößt, man so sorgfältig arbeiten muss, dass die vorgelegten Unterlagen auch vor Gericht Bestand haben. Meine Damen und Herren, denn wer hier schlampig arbeitet, gefährdet das bestehende Baurecht und damit die gesamte Maßnahme. Herr Staatsminister, wenn man die ganze Haltung der GRÜNEN zum Landesstraßenbau, zu Neubauprojekten im Straßenbau kennt und die Position der GRÜNEN, die sie einmal beim Riederwaldtunnel vertreten haben, nimmt, dann muss man sich nicht wundern, dass es eben nicht nur Mitglieder der FDP, sondern auch bei vielen von dem späten Baubeginn betroffenen Pendler und den betroffenen Menschen in den Wohngebieten, der Eindruck aufkommt, dass hier nicht sachliche, sondern tatsächlich politische Gründe, die etwas mit der Kommunalwahl 2016 zu tun haben, im Vordergrund stehen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Das finde ich das wirklich politisch Ärgerliche. Es gibt Menschen in diesem Land, die einem grünen Minister trauen zu, dass bei einer Abwägung nicht die sachlichen, sondern bei Infrastrukturprojekten die politischen Gründe im Vordergrund stehen. Das halte ich für die Akzeptanz von Infrastrukturprojekten für fatal, meine Damen und Herren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Frühjahr 2014, kurz nach Übernahme des Ministeramtes, wurden 63 Projekte im Landesstraßenbau verschoben. Meine Damen und Herren, aus von der CDU versprochenen 100 Millionen € sind dann unter Schwarz-Grün 90 Millionen € für den Landesstraßenbau geworden. Bei der A 49, während der hessische Ministerpräsident im Sommer dieses Jahres sich für die mit Berlin vereinbarte Lösung noch feiern lässt, erklärt die Verkehrspolitik-Sprecherin der GRÜNEN, dass mithin der Weiterbau der A 49 keineswegs gesichert sei. Was gilt denn nun, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün? Was gilt bei der A 49? Meine Damen und Herren, im Antrag der FDP wird auch das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen angesprochen. Niemand hat die Absicht, ein Terminal zu eröffnen. Das war die Haltung der GRÜNEN vor der Landtagswahl, meine Damen und Herren. Da musste dann als Beruhigungspille für teures Steuergeld ein Gutachten erstellt werden, das der Beruhigung des eigenen Qualitäts diente. Mehr aber nicht, meine Damen und Herren. Denn zur sachlichen Aufklärung hat das Gutachten jedenfalls nicht beigetragen. Für Fraport war bei Erteilung des Gutachtens schon längst klar, man hat einen gültigen Planfeststellungsbeschluss, und den werde man auch umsetzen. Daran hat Fraport übrigens auch nie einen Zweifel gelassen. Meine Damen und Herren, Akzeptanz von Infrastruktur, da fremdeln die GRÜNEN auch weiterhin, auch in Regierungsbeteiligung, und das merken die Menschen. Das macht die Sache beim Riederwaldtunnel auch so richtig schwierig. Meine Damen und Herren, das ist auch eine der wesentlichen Ursachen dafür, warum es den Menschen auch so schwer fällt, hinter der Überarbeitung der Planungsunterlagen eben keine politischen Motive zu vermuten. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe Ihre Pressemitteilung von Anfang November Ihres Hauses sehr sorgfältig gelesen. In der Begründung für die Überarbeitung in der Pressemitteilung des Ministeriums steht, dass die Bevölkerungsprognosen geradezu zu einer Überarbeitung zwingen. Bitte schön, das ist doch nicht erst seit November dieses Jahres bekannt, dass die Rhein-Main-Gebiet an Bevölkerung zunehmen wird und damit auch der Verkehr, sondern das ist vor vielen Jahren bekannt. Da muss man eigentlich den Ministern Rentsch und Posch noch den Vorwurf machen, dass sie schon längst gehandelt haben. Aber wenn das so ist, Herr Al-Wazir, wenn sozusagen die Vorgänger daran schuld sind – Sie hatten fast zwei Jahre lang Zeit, das zu korrigieren –, warum haben Sie das zu Beginn Ihrer Amtszeit nicht korrigiert, sondern jetzt im November 2015, kurz vor der Kommunalwahl? Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Nein, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister, das ist alles nicht so überzeugend. Der Ärger und das Misstrauen der Menschen sind dabei auch verständlich. Zum Schluss bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, mit meinen Ausführungen den strengen Kriterien des zuständigen Regierungsmitglieds an die Opposition erfüllt zu haben. – Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herr Kollege Frankenberger, vielen Dank. – Es hat nun das Wort für die Fraktion der CDU. Herr Abg. Caspar, bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin der FDP dafür dankbar, dass sie diesen Setzpunkt heute aufgerufen hat, weil es die Möglichkeit gibt, dass wir die gute Verkehrspolitik für Hessen hier einmal darlegen können. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Die Koalition – da müssen Sie auch noch einmal einen Antrag stellen, dann können wir auch darüber reden, Herr Rentsch. Ich warte darauf. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! – Ja, dann nur zu. Stellen Sie einen Antrag. Aber jetzt spreche ich erst einmal zu dem Antrag, mit dem wir uns heute zu beschäftigen haben, nämlich mit der Verkehrspolitik in Hessen. Hessen lebt davon, dass wir eine hervorragende Infrastruktur haben, dass die Menschen, die hier wohnen und arbeiten, sicher sein können, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, weil sie deswegen sicher sind, weil Unternehmen sich entscheiden, sich dort anzusiedeln, wo sie eine optimale Verkehrsanbindung haben. Das ist in Hessen gegeben, egal ob sie mit dem Flugzeug, mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur, und die Koalition weiß das auch. Deswegen weiß sie auch, dass so etwas nicht auf Dauer bleibt, sondern so etwas nur erhalten wird, wenn wir im internationalen Wettbewerb auch unsere Infrastruktur weiter ausbauen. Wir machen das in allen Bereichen. Sie haben den Flughafen angesprochen. Sie haben Terminal 3 angesprochen. Sie wissen, das ist auf den Weg gebracht worden. Aber es ist natürlich völlig richtig, wenn man eine solche große Investition stemmt, dass man sicher sein muss, dass es eine richtige Entscheidung ist, dass es eine wirtschaftliche und dass es eine vernünftige Entscheidung ist. Deswegen war es völlig richtig, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass dies natürlich geprüft werden soll und nicht einfach so ausgegeben werden soll. Der Haupteigentümer der Fraport, das Land Hessen, muss sich dafür eigene Gedanken machen. Wir haben das getan. Deswegen war es auch richtig, so zu verfahren. Aber es war auch richtig, mit dem Bau nach all diesen Prüfungen zu beginnen. Das haben wir getan. Das ist gut für Hessen. Das ist gut für die Menschen, die hier wohnen und arbeiten. Deswegen machen wir das. Ich nenne aber auch die wichtigen Ausbauprojekte im Bereich des Schienenverkehrs, egal ob sie örtliche und regionale Verkehrssysteme nehmen, wie die RTW, wo das Land Hessen sich jetzt verstärkt engagiert, oder auch die eingeleiteten Planfeststellungsverfahren der Nordmainischen S-Bahn. Das sind Projekte, die doch für die Region sehr wichtig sind und damit auch zur Entlastung führen. Es gibt weitere wichtige Verkehrsprojekte, die schon kurzfristig eröffnet werden können. Denken Sie an die S-Bahn-Anbindung Gateway Gardens. Denken Sie auch an die Verstärkung des Eisenbahnknotens. Auch hier sind wir, glaube ich, auf dem guten Weg. Ich sage auch, dass Autobahnprojekte weiter fortgesetzt werden müssen. Es macht gar keinen Sinn, wenn wir Autobahnverbindungen haben. Es gibt kleine Teilbereiche, wo die Autobahnlücke nicht geschlossen ist, diese nicht zu schließen. Deswegen haben wir das vereinbart. Sie alle kennen den Koalitionsvertrag. Ich muss ihn deswegen hier nicht zitieren. Da können Sie das entnehmen. Wir haben es vereinbart. Wir haben es angekündigt. Wir werden es auch umsetzen. Dass Sie als Opposition gar keine Zweifel haben können, kann man schon daran sehen, dass die eine Oppositionspartei erklärt, dass das, was jetzt beim Riederwaldtunnel gemacht werden würde, dazu dienen, den Bau zu verhindern. Die andere Oppositionspartei, Frau Wissler, hat gerade erklärt, nein, nein, im Gegenteil. Die GRÜNEN würden forciert diese Baumaßnahme durchführen. Wenn die Opposition hier schon völlig unterschiedliche Vorstellungen hat, aber Hauptsache nach dem Motto, wir können etwas kritisieren, dann ist das doch nicht sehr überzeugend. Herr Frankenberger, Sie haben zwar amüsante Bemerkungen gemacht, aber Sie haben sich inhaltlich irgendwo dazwischen bewegt. Aber überzeugend war das jedenfalls nicht. Meine Damen und Herren, eine gute Infrastruktur im Verkehrsbereich für Hessen ist eine zentrale Sache. Das ist nicht etwas, was man so mit Scherzen und so abtun kann. Herr Rentsch, wenn ich jetzt etwas zum Riederwaldtunnel sagen soll, mache ich das gerne. Danke für Ihren Hinweis, denn ich habe jetzt nur noch ein paar Minuten. Deswegen mache ich das auch gerne. Beim Riederwaldtunnel kennen Sie die Länge der Verfahren. Sie kennen das vom Ministerseite sicherlich im Detail auch besser als ich. Deswegen wissen Sie, dass bisher nicht die Voraussetzungen vorgelegen haben, den Bau durchzuführen. Sonst hätten Sie es auch schon in Ihrer Amtszeit getan. Das heißt, wir befinden uns in Verfahren, die rechtssicher sein müssen. Wenn Hessen Mobil und das Verkehrsministerium nach Prüfung des jetzigen Verfahrensstandes zur Position und zur Meinung kommen, damit rechtssicher der Bau durchgeführt werden kann, sind zusätzliche Prüfungen und zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Dann kann ich nicht erkennen, dass irgendjemand inhaltlich diese einzelnen Schritte hier im Rahmen der Vorredner entkräftet hat. Ich habe also nicht gehört, dass hier gesagt worden ist, der Schritt, der jetzt ergriffen wird, ist überflüssig, der ist unnötig. Insoweit kann ich auch gar nicht erkennen, dass selbst diejenigen, die sagen, es wird hier politisch motiviert, etwas nicht gebaut, konkret hier gesagt haben, dass jetzt ein Schritt, der gegangen werden soll, falsch wäre. Das müssten Sie ja tun. Es nützt ja nichts, hier Andeutungen zu machen und zu sagen, na ja, aus politischen Gründen will man das nicht. Dann soll man doch bitte auch einmal sagen, was denn das Problem ist, wo man denn der Meinung ist, dass konkret eine Verzögerung durchgeführt wird, weil irgendeine zu ergreifende Maßnahme unnötig ist. Ist es denn unnötig, das Planfeststellungsverfahren jetzt noch einmal zu überprüfen unter den aktuellen Zahlenverhältnissen, unter den aktuellen Verkehrsverhältnissen, unter den aktuellen Lärmschutzverhältnissen? Das werden Sie doch nicht ernsthaft sagen wollen. Selbst wenn Sie es sagen würden, wäre doch das Problem, dass sich das Gericht dieser Meinung nicht anschließen würde. Denn zum Gericht gehen doch die Dinge auf jeden Fall. Darüber sind wir uns doch klar, dass alles, was ergriffen wird, sicherlich auch gerichtlich überprüft wird. Insoweit meine ich, dass es ganz klar ist, dass wir diese Verfahren rechtssicher durchlaufen müssen und auch dafür sorgen müssen, dass sie rechtssicher sind. Denn wenn wir das nicht tun würden, dann würde die Baumaßnahme viel später kommen. Wenn Sie sich den Riederwaldtunnel anschauen, dann wissen Sie, dass dadurch, dass er nicht vorhanden ist, viele Menschen, insbesondere im Frankfurter Stadtteil Riederwald, sehr stark von Lärmabgasen belastet werden. Wir sehen, dass die Pendler sehr lange im Stau stehen. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass dieser Lückenschluss der Autobahn bald vollendet und bald beseitigt wird. Aber klar ist, es geht nur, wenn ein rechtssicheres Verfahren gewählt wird. Der Minister wird anschließend sprechen. wird das sicherlich im Einzelnen Ihnen darlegen. Dann, glaube ich, ist es geklärt, dass, gerade wenn man einen schnellen Bau will, diese Verfahren durchführen muss. Vielen Dank, Herr Caspar. – Für die Landesregierung, Herr Minister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielleicht erst einmal eine generelle Feststellung. Die Verkehrssituation im Osten Frankfurts in Richtung Main-Kinzig-Kreis ist problematisch, und zwar schon seit Jahren und Jahrzehnten. Die Frage, wie man darauf reagiert, beschäftigt die hessische Landespolitik ebenfalls schon seit Jahrzehnten. Was wir in dieser Legislaturperiode gemacht haben, will ich vielleicht an drei Punkten klarmachen. Erstens. Ich habe mich sehr darum bemüht, dass wir alle drei Abschnitte der nordmainischen S-Bahn jetzt in der Planfeststellung haben. Natürlich ist auch das eine Entlastung für die Straße, wenn wir dieses Projekt voranbringen, damit es zwischen Frankfurt-Ost und Hanau schnelle S-Bahn-Verbindungen gibt und den Menschen unterschiedlichen Alternativen angeboten werden. Das Zweite ist auch klar, dass wir, wenn man sich die Planungen der 60er- und 70er-Jahre anschaut, dort teilweise gigantische Projekte geplant waren, die heute wirklich eigentlich von allen oder vielleicht von fast allen als völlig stadtunverträglich angesehen würden. Deswegen habe ich in diesem Jahr den Planfeststellungsbeschluss zum Alleeentunnel aufgehoben. Drittens. Es ist auch klar, dass man bestimmte Projekte zum Abschluss bringen muss. Da das Autobahndreieck Erlenbruch im Bau ist und die A 66 an der Borsigallee endet, ist völlig klar, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, als Hessische Landesregierung, dass dort der Lückenschluss gemacht werden muss. Das heißt, dass der Riederwaldtunnel vollendet werden soll. Sie haben die lange Geschichte des Projektes angesprochen. Herr Lenders, 1974, erste Debatten, da war ich drei. 1979, erste Festlegung der Linienführung, da war ich acht. Da war ich nicht beteiligt, aber vielleicht muss man einfach einmal feststellen, wie die gegenwärtige rechtliche Situation ist. Wir haben Planfeststellungsbeschlüsse, also Baugenehmigungen aus den Jahren 2007 und 2011. Die haben allerdings viele wichtige Dinge offengelassen. Das heißt, sie wurden mit Vorbehalten versehen. Ein Beispiel. Wesentliche wasserrechtliche Entscheidungen sind damals nicht getroffen worden. Das heißt, die Frage des Umgangs mit dem Grundwasser während der Bauarbeiten war nicht geregelt. Pläne zu den Einzelbauphasen lagen nicht vor. Aus heutiger Sicht ist auch klar, dass die naturschutzfachliche Ausgleichsplanung unzureichend war. Wir haben Klageverfahren gehabt, die umfangreiche Planänderungen nach sich gezogen haben, weil zugesagt wurde, den Tunnel um sechs Meter nach Süden zu verschieben. Es gab einen Baubeginn im September 2009, der aus heutiger Sicht mehr symbolischer Natur war. An der Geschichte ist zu erkennen, dass es manchmal so war, dass man aus politischen Gründen den Projektfortschritt mit aller Macht erzwingen wollte. Ich dachte, dass das am Ende auf Kosten der Rechtssicherheit gegangen ist. Dementsprechend sage ich an dieser Stelle, was wir jetzt entschieden haben, ist Folgendes. Wir haben an diesem Punkt so etwas wie die Notbremse gezogen. Das macht man manchmal, wenn man merkt, dass sich der fahrende Zug auf dem falschen Gleis befindet, haben ihn auf ein anderes Gleis gesetzt und den Fahrplan neu festgelegt. Das hat eine unangenehme Konsequenz. Es dauert zwei Jahre länger. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, es gibt da mehrere Gründe dafür. Natürlich ist das prognostizierte Bevölkerungswachstum der Stadt Frankfurt ein Teil davon. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Rentsch? Herr Staatsminister, mir ist wichtig, dass wir dann auch substantiert vortragen, wenn man ein solches wichtiges Thema bespricht. Sie haben gerade ausgeführt, dass aufgrund von politischen Absichten oder Druckes teilweise das Verfahren beschleunigt worden sei, anscheinend gegen Recht und Gesetz. Würden Sie bitte sagen, wann das gewesen sein soll? Ich habe nicht gesagt gegen Recht und Gesetz. Ich habe nur festgestellt, es gibt einen Planfeststellungsbeschluss von 2007, der wesentliche Fragen offengelassen hat. Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte man 2009 keinen Spatenstich machen können. Ich stelle allerdings fest, dass wir jetzt 2015 haben und dazwischen vergleichsweise wenig passiert ist. Ich glaube, zwei Jahre waren Sie der verantwortliche Verkehrsminister. Das könnte darauf hinweisen, dass man den Spatenstich gemacht hat, ohne dass die Gründe geklärt waren, die dazu führen könnten, dass man richtig weiterbauen könnte. Das ist ein Teil des Problems. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Ich will an dieser Stelle einfach sagen, dass das Bevölkerungswachstum in der Stadt Frankfurt ein Problem ist. Die Planung, die ich vorgefunden habe, geht von 650.000 Einwohnern aus. Wir sind jetzt schon über 700.000. Die Hessen-Agentur hat kürzlich bis zum Jahr 2030 einen Zuwachs bis zu 738.000 Einwohnerinnen und Einwohner berechnet. Die Stadt Frankfurt selbst rechnet mit 800.000 Menschen. Natürlich ist klar, dass man angesichts solcher Prognosen eine neue, aktualisierte Verkehrsuntersuchung braucht, dass man eine Überprüfung der Lärm und Schadstoffe braucht. Meine Damen und Herren, Sie werden mir sicher zustimmen, diese Untersuchungen kosten Zeit, sind aber zwingend notwendig. Eine Fortschreibung war auch hinsichtlich der naturschutzfachlichen Erhebungen erforderlich. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Schäfer-Gümbel? Danke schön, Herr Staatsminister. Ich will es nur noch einmal nachwissen. Sie haben eben gesagt, dass es in 2007 einen Planfeststellungsbeschluss gibt, der dann zu einem Spatenstrich in 2009 geführt hat, der wesentliche Fragen nicht hinreichend beantwortet hat. So war Ihre Formulierung. Nicht der Spaten, sondern der Feststellungsbeschluss von 2007. So weit, so klar. Könnten Sie kurz erläutern, welche Fragen das sind? Warum es sechs Jahre gedauert hat, das festzustellen? Das ist nicht alles Ihre Verantwortung. Was das jetzt wiederum mit dem Bevölkerungswachstum zu tun hat, das die wesentliche Begründung für die Veränderung ist? Ich würde es einfach gerne verstehen. Ich hatte ja ein Beispiel genannt. Wenn man einen Tunnel baut, dann macht dies massive Auswirkungen beispielsweise auf die Frage des Grundwasserflusses. Normalerweise klärt man das mit. Das hat man in diesem Fall nicht getan. Sie sagt, das macht man später. Das war jetzt ein Beispiel, das ich genannt habe. Ich habe noch andere Beispiele vorgetragen. Wenn ich zu Ende vortragen kann, wird manches klarer, wenn Sie das gestatten. Diese Mängel, unter anderem diese Mängel, wurden in den Klageverfahren zur Zielscheibe gemacht. Ich will ausdrücklich sagen – ich habe gerade schon gesagt –, wir brauchen auch eine Fortschreibung hinsichtlich der naturschutzfachlichen Erhebungen, weil wir nicht ausschließen können, dass sich bei der Nachbesserung neue Erkenntnisse zu den Umweltauswirkungen ergeben, die eine öffentliche Auslegung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erforderlich machen. Daher war es sinnvoll, die noch laufenden Planänderungsverfahren neu zu gliedern. Der Kollege Caspar hat es angesprochen. Wir können bei diesem Projekt sicher sein, dass es Gerichtsverfahren geben wird. Deswegen muss man auf der rechtlich sicheren Seite sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Juristen sagen das relativ einfach. Ein rechtssicherer Planfeststellungsbeschluss erfordert ein rechtmäßiges Verfahren auf aktueller Tatsachengrundlage. Das genau ist das Problem bei diesem Projekt. Sie haben es angesprochen. Wir haben da zwischen 30 und 40 Jahren Vorgeschichte. Deswegen ist es natürlich so, dass man dann manchmal dazu kommt, dass wir eine Situation haben, wo eine aktuelle Tatsachengrundlage geschaffen werden muss. Deswegen ausdrücklich. Rechtliche Risiken müssen unbedingt vermieden werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, da können sich eigentlich alle, die sich mit der Tatsache beschäftigen, hinter diesem Satz versammeln. So gehe ich jedenfalls aus. Ich will hinzufügen, zur Vermeidung weiterer Risiken für den Bau gehört auch dazu, die Akzeptanz für das Projekt bei den Anwohnerinnen und Anwohnern zu steigern. Die vorgesehenen Planänderungsverfahren gehen mit einer weitgehenden Öffentlichkeitsbeteiligung einher. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, sich am Verfahren zu beteiligen und ihre Anregungen und Bedenken einzubringen. Das schafft Transparenz und hoffentlich auch Vertrauen und mehr Akzeptanz. Letzter Punkt. Wie geht es mit dem Projekt nun weiter? Hessen Mobil beabsichtigt, für das Planänderungsverfahren Tunnel die Einleitung des Anhörungsverfahrens Ende 2016 zu beantragen. Das Anhörungsverfahren mit Auslegung und Durchführung des Erörterungstermins sowie dem Erlass des Planänderungsbeschlusses soll bis Anfang 2018 erfolgen. Im Anschluss erfolgen Ausführungsplanung, ein EU-weites Vergabeverfahren. Das heißt, mit dem Bau des Tunnels könnte dann Ende 2018 begonnen werden. Nach siebenjähriger Bauzeit wäre dann im Herbst 2025 der Tunnel fertiggestellt. Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Letzter Punkt, Herr Präsident. Ich habe darauf hingewiesen, die hohe Bedeutung des Lückenschlusses ist der Landesregierung bewusst. Wir brauchen eine rechtssichere Strategie. Da gehört es eben auch dazu, zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung in Kauf zu nehmen. Ich will das einmal ausdrücklich sagen. Würde das Projekt nicht auf einer rechtssicheren Grundlage passieren, dann wäre es zumindest eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe des gerichtlichen Verfahrens mit einem Baustopp zu rechnen hätte. Dann möchte ich die FDP einmal hören. Insofern ist es aus unserer Sicht so, dass wir alle bestehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um die anstehenden Verfahren zügig voranzutreiben. Hessen Mobil hat das Projektteam jetzt auf zwölf Personen verdoppelt. Es ist ein renommierter Experte im Planungsrecht hinzugekommen, der beratend tätig wird. Deswegen bin ich gespannt, wie diese lange Geschichte weitergeht. Aber ich bedanke mich für die weihnachtliche Stimmung im Hessischen Landtag. – Danke sehr. Vielen Dank. – Dann kommen wir in die zweite Runde. Das Wort hat Herr Abg. Rentsch für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Staatsminister, Herr Präsident! Ich hätte mich zu dem Thema nicht gemeldet, auch als Ihr Vorgänger, wenn Sie nicht wieder Unwahrheiten in den Raum gestellt hätten. Ich muss auch einmal sagen, es wäre schön, wenn einmal Antworten zu Fragen, die vielleicht nicht auf dem Redemanuskript stehen. Denn, Herr Kollege Al-Wazir, die Aussage, die Sie hier getroffen haben, dass der Planfeststellungsbeschluss, der zum Spatenstich im Jahre 2009 gemündet ist und der letztendlich vom Kollegen Riel erlassen worden ist, aufgrund politischen Drucks oder der Tatsache, dass man echt gerne einen Spatenstich machen möchte, deshalb beschleunigt worden ist und anscheinend wesentliche Fragen nicht berücksichtigt. Das ist eine grobe Unverschämtheit. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD – Zuruf des Abg. Rentsch für die SPD – Das möchte ich auch nicht am Kollegen Riel hängen bleiben lassen. Es ist aber nicht unüblich, dass hier – ich sage das einmal wie Kollege Wagner – ich will ein Zitat nennen, das letztens von Herrn Al-Wazir hier benutzt worden ist – einen dreckigen Dreizeiler herausgerotzt. So ist ungefähr die Behandlung, wie man hier teilweise auch mit Abgeordneten und Zwischenfragen umgeht oder mit der Frage, welche Historie dieses Ministerium hat. Also, bei der Frage ein bisschen mehr Zurückhaltung wäre an der Stelle angebracht. Zweitens. Natürlich stellen sich die Menschen Fragen, die Kollege Caspar gerade zurechtgestellt hat, auch in der Öffentlichkeit. Wenn es eine Partei gibt, die immer gegen den Riederwaldtunnel gekämpft hat und jetzt der zuständige Minister zufällig dieser Partei angehört, dass man ein gewisses Misstrauen hat bei der Frage, dass dieses Projekt nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, das darf man doch wohl noch einmal in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich will kurz zum Thema Planfeststellungsverfahren nach § 72 Verwaltungsverfahrensgesetz sagen. Es ist überhaupt nicht unüblich, dass wesentliche Fragen ausgeklammert werden, weil sie teilweise zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses noch nicht zu klären sind. Das ist ein total übliches Verfahren. Gelegentlich einmal einen Blick ins Gesetz und auf das, was gemacht wird, wäre nicht unsinnvoll in der Frage. Das ist ein letzter Punkt, Herr Kollege Al-Wazir. Warum haben sich denn – das haben Sie leider vergessen zu erwähnen – die Verzögerungen ergeben? Es wäre doch einmal spannend zu wissen, warum die sich ergeben haben. Kollege Wagner hat seinen Gesicht entfalten. Ich kann es Ihnen erklären, weil es natürlich Klagen, vor allem auch das BUND an der Stelle gab, der eine Trassenverlegung verlangt hat. Ja, ich weiß, Sie haben mit dem BUND nie etwas zu tun. Aber immer, wenn es passt, ist er dabei. Wenn es nicht passt, spielen Sie sich sozusagen die Bälle nicht zu. Es ist doch lächerlich, was Sie hier vortragen. Sie machen mit Ihren Vorfeldorganisationen hier Kampf gegen solche Projekte und stellen sich dann zum Schluss hin und sagen, Sie haben aber damit nichts zu tun, meine Damen und Herren. Erst das Feuer legen und dann die Feuerwehr rufen und zu sagen, man ist es nicht gewesen. Das ist typisch grüne Politik, wie wir es in diesem Land seit langer Zeit erleben. Ja, Herr Kollege Wagner, da muss man auch einmal Verantwortung übernehmen. Jetzt will ich einmal zur politischen Bewertung kommen. Das, was Sie dort machen, ist nicht nur eine Frechheit, was die Verkehrspolitik insgesamt angeht. Kollege Frankenberger hat eine Reihe von Beispielen genannt, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass Sie Ihren politischen Streit – Sie haben gerade gesagt, um was es geht, Neubeurteilung von naturschutzrechtlichen Sachverhalten – Ihren Streit und Ihre Ideologie auf den Kosten von vielen Pendlern, die jeden Morgen und jeden Abend diese Strecke nutzen – austragen. Das ist die Unverschämtheit. Das ist die Unverschämtheit, die Sie hier machen. Es ist eine rein – das kennen wir auch aus anderen Bereichen, K plus S und anderen Bereichen – eine rein politische Strategie. Deswegen sollten Sie gelegentlich einmal ein bisschen Verantwortung an dieser Frage übernehmen und nicht die Verantwortung und die Zuständigkeiten ehemaliger Kollegen wie vom Kollegen Riel hier auf die Tagesordnung setzen. Das finde ich relativ peinlich, meine Damen und Herren. Vizepräsident Frank Lortz Als Nächster spricht Herr Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mich zunächst nach diesem Setzpunkt bei der FDP für die Beantragung des Themas bedanken und zweitens für die ausführlichen Antworten des Ministers. Ich muss gestehen – ich habe mich bisher nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt –, ich bin nach der Debatte deutlich schlauer geworden. Ich fand die Debatte im Verlauf, auch nach dem Beitrag des Ministers, deutlich aufschlussreicher, als ich vorher dachte, das hier heute passiert. Deswegen will ich für mich das Ergebnis dieser Debatte zusammenfassen. Wir haben ein großes Bauwerk, das wichtig ist, dass von allen Seiten irgendwie für richtig gehalten wird, mit dem es aber ein paar Probleme gibt. Der Minister hat dann im November erklärt, dass wir das Verfahren noch einmal öffnen müssen und hat das in seiner Pressemeldung begründet. Nach dem, was ich heute gehört habe, ist das der einzige Vorwurf, den man dem Minister machen könnte, mit der Bevölkerungsprognose von Frankfurt begründet. In der Pressemeldung hat er aber ausschließlich auf die Bevölkerungsprognose verwiesen. Ich sage, wenn man ihm einen Vorwurf machen kann nach dem Verlauf der Debatte, dann ist es dieser, weil diese Begründung ganz offensichtlich die eigentlichen Probleme beim Bau und bei der Planung vernebeln soll. Die hat er nämlich eben alle genannt. Deswegen habe ich die Nachfrage gestellt. Herr Kaufmann, es sind Vokabeln gefallen wie drohender Baustopp, rechtssicherer Planfeststellungsbeschluss muss hergestellt werden, Vermeidung weiterer Risiken. Er hat es unter anderem damit begründet, dass die Frage des Grundwasserschutzes unzureichend im derzeitigen Planfeststellungsbeschluss aus 2007, Klammer auf, Zuständigkeit, Verkehrsminister Alois Riel, CDU, CDU-Alleinregierung in Hessen, nicht ordentlich gemacht hat. Die Vermutung, die der Minister geäußert hat, war, dass es nur dazu diente, 2009 einen Spatenstich vorsetzen zu können und dass der Fortschritt der Maßnahme nicht ganz mit dem Planungsrecht in Übereinstimmung gebracht werden muss und dass er im Kern, um einen Baustopp zu vermeiden, genau das jetzt reparieren muss. Nichts anderes hat der Minister eben gesagt. Das finde ich extrem aufschlussreich, weil wir uns dann alle Spielchen sparen können nach dem Motto, wer hat wo, an welcher Stelle vielleicht sich politisch dazu nicht verhalten. Der Minister hat unzweifelsfrei eben gerade festgehalten. Alois Riel hat zu seiner Zeit unter CDU-Alleinregierung die notwendigen rechtlichen Grundlagen nicht hinreichend geschafft. Es entstehen massive Risiken für dieses Projekt. Ihre Verantwortung ist von niemand anders. Das muss der Minister jetzt reparieren. Wie gesagt, der einzige Vorwurf, den man diesen Minister in diesem Punkt machen kann, ist, dass er versucht, aus Solidarität mit Ihnen in der Koalition eine Begründung zu finden, die das möglichst vernebelt. Deswegen ist es die Bevölkerungsprognose. Aber es war mir wichtig, das für das Protokoll einfach einmal herauszuarbeiten und festhalten. Ich fand den heutigen Setzpunkt der FDP insofern außerordentlich aufschlussreich. – Herzlichen Dank. Herr Minister Al-Wazir, bitte sehr. – Ich weiß ja, dass man jetzt noch einmal kurz versucht, alles Mögliche hineinzuinterpretieren. Aber ich will das an der Stelle noch einmal ausdrücklich sagen. Erstens. Wir haben hier leider im Plenarsaal kein ordentliches WLAN. Deswegen habe ich die Presseerklärung vom November nicht mehr so schnell aufrufen können. – Aber nach meiner Erinnerung… – Mathias Wagner, Sie haben die Opposition nicht verantwortet? – Ja, aber ich auch nicht. – Ich habe kein WLAN hier. – Ich wollte ja eigentlich etwas anderes sagen. Kollege Rudolph, warum bist du denn jetzt wieder so schlecht gelaunt? Nach meiner Erinnerung war in der Presseerklärung vom November ausdrücklich auch noch die Ergänzung der naturschutzfachlichen Begleitplanung genannt. Das war meine Erinnerung. – Ja, also. Dann ging es nicht nur um die Bevölkerungsprognose. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ausdrücklich gesagt, es gab zwei Planverstörungsbeschlüsse, einen von 2007 und einen von 2011. Der zweite Punkt ist nötig geworden, nachdem die Tunnelverschiebung um sechs Meter als Ergebnis der Klageverfahren gemacht worden ist. Der Punkt hat auch noch etliches offen gelassen, übrigens mehr Sachen als der von 2007. Aber ich will das gar nicht bewerten, weil ein Projekt, das 1979 erstmals mit der Linienführung gemacht worden ist – wir befinden uns 2015 –, will ich ausdrücklich sagen, wenn die Fachjuristen bei mir im Ministerium sagen, so geht es nicht weiter. Wenn wir so weitermachen, aufgrund dessen, dass wir sicher sind, dass alles beklagt wird, dann besteht die Gefahr, dass man in einen Baustopp hineinläuft. Dann muss man als verantwortlicher Minister handeln. Das ist einfach so. Ich will das einmal ausdrücklich sagen – Stichwort Verzögerung. Die Planungs- und Bauzeit waren bisher von 1979 bis 2023. Jetzt ist sie von 1979 bis 2025. Das relativiert vielleicht manches von dem, was man hier versucht, an Aufregung zu erzeugen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Wir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Es ist vereinbart, den Antrag der entsprechende Geschäftsordnung in den Wirtschaftsordnung zu überweisen. Damit ist auch dieser Tagesordnungspunkt 46 für heute erledigt. Es ist 13.05 Uhr. Wir treten in die vereinbarte Mittagspause ein bis 14.05 Uhr. 14.15 Uhr ist das allgemeiner Wunsch. Dann setzen wir um 14.15 Uhr die Sitzung fort. 15.17 Uhr. 15.20 Uhr.